Wie viel Detail? Fünf. Ja, fünf. Ja, schauen Sie sich ruhig um. Das ist unser Sortiment. Sie können natürlich auch, ja, es ist ein Burnout vom Verkaufen. Schwierig, ja. Die Zahlen haben wieder nicht gestimmt. Na ja, da muss halt die Buchhaltung ein wenig nachbessern. Das geht doch ganz einfach. Einmal ein Null hier und ein Null da und dann tun wir das eine verdoppeln, das andere tun wir ein wenig abziehen und dann Griechenland, ja. Und die Bankenpleite, ach ja, ach Gott, das haben wir auch alles irgendwie finanziert. Nein, und die blühenden Landschaften und ein Solidaritätszuschlag. Und wissen Sie eigentlich, dass im niederschlesischen Oberlausitzkreis, das ist ein schwieriges Wort, N-O-L auf dem Kennzeichen, ja, da gibt es ein Hotel am Rande der Stadt, kann man nicht sagen, ist mehr so eine Provinz. Mhm. Und wir waren da einmal. Ja, ja, wir haben da einmal ein paar Tage verbracht, weil wir uns so einfach einmal ein wenig umschauen wollten. Da ist das, ja, sehr interessant alles. Naja, auf jeden Fall habe ich dann, wir haben die Kleine dabei gehabt, also unsere Große war noch ganz klein und die wollte gern planschen gehen. Naja, und das war, ich glaube, im Herbst oder so. Da ist einer gesagt, die gibt es hier vielleicht, haben Sie irgendwo ein Schwimmbad oder so? Oder haben sich die haben jetzt wahrscheinlich kaputt gelacht, weil um die Ecke, haben Sie gesagt, ja, Sie müssen da raus und da rüber. Ein riesen Hallenbad, also ein Spaßbad, riesig, alles neu, vom Feinsten. Mitten in der Provinz, da ist nichts außenrum. Also ein paar Häuser, ja, aber ansonsten ist da gar nichts. Da haben wir gedacht, naja, gut, da weiß ich, wo die ganzen Steuergelder und der Solidaritätszuschlag hingeflassen sind. Und das ist also eine Baustelle von vielen. Also wir brauchen uns nicht wundern, jetzt wenn Sie bei der Schuhfahrer mal eine Schuldenauskunft einholen, dann müssen Sie 30 Euro bezahlen normalerweise. Jetzt kriegen Sie auch ein bisschen billiger übers Internet und für 15 Euro angeblich. Kriegen auf einem wunderschönen Papier, kriegen Sie ausgedruckt, was Sie alles, also nicht an Bonität erfüllen. Und damit treiben die, also die machen mit den Schulden, die übrigens nicht stimmen. Also da wird dann einfach, weiß ich nicht, alles verdoppelt und verdreifacht, was weiß ich, wie das funktioniert. Wie bei den Banken halt auch, die finanzieren sich ja eigentlich nur noch über Schulden. Weil bei den Schulden, wenn Sie bei der Sparkasse hier im Landkreis Schwandorf einen Dispo-Credit haben, dann zahlen Sie, wenn Sie über den Dispo raus sind, beziehungsweise auch schon für den Dispo, der vielleicht nicht eingerichtet ist, zahlen Sie um die 16% Zinsen, wenn es Glück kam. Also das ist, also erinnert uns das irgendwie an alte Zeiten, wo also mit dem Geld, ne, geschäftig macht man Sinn. Das heißt, die Banken sind daran interessiert, dass jeder von uns Schulden hat, weil nämlich nur durch diese enormen Zinsen können die Banken überhaupt noch halbwegs existieren. So funktioniert nämlich unser Bankensystem, das sind lauter Verbrecher, das ist auch Wahnsinn. Dann hocken die in Aufsichtsräten und sagen, ach so, ja, nein, da Bücher, ja, hätten wir im Angebot, ja. Nein, wir reduzieren nichts. Und, ja, und sie schieben fette Gehälter ein alle, ne, und kriegen einen Golden Handshake, wenn sie eine totale Misswirtschaft geleistet haben. Ne, und der kleine, der kleine Mann, der wird gehängt, ne, der wird also praktisch komplett, ja, ja, ausgesaugt, ne. Ja, ja, ich kann also nur jedem empfehlen, Strafanzeigen zu stellen bei der Polizei. Einfach Strafanzeige gegen die Schufa, weil das ist aus meiner Sicht eine völlig kriminelle Holding, wieder mal, eine Holding wie MyHammer oder wie die in Zug, ne, mit den Autos, mit der Utsch KG und so weiter. Die machen ja alle dann Holdings. Ganz genau weiß ich es nicht mehr, aber es war auf jeden Fall so, dass praktisch das persönliche Haftungsrecht dann nämlich weg ist, dass du als, du kannst also Schmuh machen, Schmuh heißt Betrügereien, so viel du willst, weil du bist als Person, bist du nicht mehr haftbar. Und dann ist praktisch nur noch irgendwie die Geldanteile, die du irgendwo in einer, also die verwalten eigentlich nur noch Gelder oder schieben das hin und her und vor und zurück und was weiß ich. Und so, ja, der TÜV, ja, also die Schufa ist ja auch vom TÜV, ist die praktisch abgesegnet. Ja, ja, der Technische Überwachungsverein, den habe ja, 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 besonders in mein Herz geschlossen. Ja, wie gesagt, ja, Schulden, also Banken, Unternehmen und so weiter, das ist ja auch die Krux, was die meisten Leute nicht begreifen. Die meinen immer alle, die brauchen einen festangestellten Job für ihre ganzen Versicherungen und so weiter. Was aber der Arbeitgeber ja dann alles für die Leute dann noch mit zusätzlich übernimmt, dafür muss er ja einen Haufen Zeug verkaufen. Dann kriegen die Leute, die dann nicht genug verkaufen, kriegen dann einen Burnout oder kriegen richtig Druck, weil die ja selber eigentlich müssen die schaffen, ihre eigenen Arbeitsplätze wiederum zu finanzieren. Verstehen Sie, ja, verstehen Sie, ja, und das ist natürlich ein Teufelskreis und da kann es natürlich nur noch ganz hart, ja. Mir ist immer gesagt worden, ich soll mich nicht nach Frankfurt bewerben, ja, weil die Mentalität dort, damit würde ich nicht klarkommen. Da habe ich mir gedacht, doch, ups, jetzt bin ich eigentlich nur mit jedem fertig geworden. Also es dauert halt meistens ein bisschen, aber, ja. Naja, naja, wie gesagt, also, äh, ja, lassen Sie sich das mal alles durch den Kopf gehen. Also es dauert ein bisschen, ja, lassen Sie sich das mal alles durch den Kopf gehen.